Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Filmcheck und zwar mit dem Film Kingsman The Golden Circle, also der zweite Teil, Boston, Silence und Get Out. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, letztens war ich wieder im Kino gewesen, hab mir halt Kingsman The Golden Circle angeguckt. Den ersten Teil fand ich ja grandios. Ja, und jetzt habe ich mich schon sehr auf den zweiten gefreut. Film ist auch ganz schön lang, muss ich sagen. Zwei Stunden und 21 Minuten. Also mein Gott, ganz schön lang. Aber, ja, kommen wir gleich zu dem Film. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Der Film, ja, er knüpft nahtlos sozusagen an den ersten Teil an. Ja, es geht halt darum, kann ich mal ganz kurz, das sieht man auch im Trailer, will jetzt hier natürlich nichts groß verraten. Der Film knüpft an am ersten Teil. Er ist halt jetzt ein Kingsman. Es geht dann darum, dass jemand auftaucht, ohne das hier zu verraten. Und er spioniert halt die Kingsman aus. Er weiß halt, wo ihre Stationen sind. Und die Kingsman werden eigentlich zerstört, kann man sagen. Also es bleiben halt nicht mehr viel über. Und sie müssen sich dann halt an eine Partnerorganisation aus Amerika wenden. Und zwar nicht Kingsman, sondern Statesman. Und die machen keine Anzüge, sondern sind eine Whisky-Brennerei. Auch eine sehr coole Idee hier mit Jeff Bridges als den Chef sozusagen. Channing Tatum spielt noch mit. Und ich weiß jetzt nicht, wie der andere heißt. Ja, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Alles sehr schön abgedreht. Also das Verrückte aus dem ersten Teil mit übernommen und noch ein bisschen mehr abgedrehter gemacht. Ja, also ich finde das so ziemlich cool. Hat so ein bisschen den Charme von so ganz alten Bond-Filmen, wo dann halt so der Bösewicht da so eine Basis irgendwo hat im Dschungel oder so. Also so richtig schön übertrieben auf die Kacke gehauen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass man da weitergemacht hat. Und ich finde, der Film hat teilweise ein bisschen seine Längen. Ja, so ein bisschen ist so zwischendurch mal, wo du denkst so, hm. Ja, aber das ist wirklich nur kurz. Also die Action-Szenen sind wirklich super in Szene gesetzt. Wie gesagt, das kennen wir auch vom ersten Teil. Im zweiten gibt es da ein bisschen mehr von. Ein bisschen, ja, aber man muss auch ganz ehrlich zugeben, er hat nicht so die Klasse vom ersten Teil. Der erste ist einen Tick besser, auf jeden Fall. Und die Action-Szenen aus dem ersten sind auch noch, muss ich sagen, noch einen Tick krasser. Und was heißt krasser, kann ich das jetzt nicht sagen. Schlecht zu beschreiben. Ich müsste die vielleicht jetzt nochmal, ich hatte Kingsman 1 letzten auch nochmal geguckt, aber zum Beispiel die Kirchen-Szene, wenn ich das jetzt mal sage, so eine, so eine, so eine, diese krasse Szene, die hast du jetzt im zweiten Teil nicht, obwohl du auch eine Szene hast. Aber irgendwie wirkt das aus dem ersten Teil immer noch krasser. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben. Aber wie gesagt, er hat wirklich einen coolen Witz. Ja, die coolen Schauspieler hier, äh, da sind immer so kleine, coole Sachen bei, so kleine, coole Gags im Hintergrund. Äh, hier hat Jeff Bridges zum Beispiel, wenn er immer seinen Whisky trinkt und dann immer sein, äh, dem Whisky Finger eintaucht und dann unterm Dings schmiert. Also das sind immer so coole Sachen, die sind cool. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kriege von mir 5 von 5 Punkte. Äh, eindeutig hat mir top gefallen. Wie gesagt, ist nicht so gut wie der erste Teil. Ja, muss ich zugeben, der erste. Aber das meckert auf hohem Niveau. Der hat noch einen Tick besser, aber von mir kriegt er trotzdem 5 von 5 Punkten. Ich war super unterhalten, ich habe gelacht. Und dieses Abgedrehte, das gefällt mir einfach, ja. Wie gesagt, wer den ersten mochte, wird den eigentlich auch mögen, ja. Ja, also eindeutig, ja. So, würde ich sagen, reicht zu dem Film. Geht ins Kino, guckt ihn euch an, auf jeden Fall. Ein dritter Teil ist aber auch schon in Planung. Und ja, freue ich mich schon drauf. So, dann habe ich gesehen, Boston, ja, mit Mark Warbeck von Peter Berg. Habe ich ja damals irgendwie auch im Kino verpasst. Ich glaube, der liegt bei uns hier gar nicht, weiß ich nicht. Ja, Boston geht ja um den Bombenanschlag bei diesem Marathon in Boston. Ich weiß gar nicht, wann war das gewesen. 2013. Naja. Ja, geht darum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Peter Berg und Mark Warbeck haben ja schon in Deepwater Horizon zusammengearbeitet. Oder besser gesagt, Peter Berg war der Regisseur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Peter Berg, der hat es einfach drauf. Ja, wir wissen bei Deepwater Horizon, wussten wir, was passiert. Wir kennen die Geschichte, wir wissen genau, was passiert. Genau, wie es bei Boston war, wussten wir auch genau, was passiert. Und er schafft es einfach, seine Filme, obwohl du weißt, was passiert, die extrem spannend zu, ja, immer noch, er schafft es da, die Spannung reinzubringen. Obwohl man weiß, was passiert und das ist schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Film ist wirklich sehr, sehr spannend. Geht auch eine ganze Weile, ich glaube knapp über zwei Stunden. Aber ist wirklich, also genial. Also von allen, vom Darstellerischen, von, ja, Mark Warbeck spielt das gut, wie gesagt. Und es geht ja darum, eigentlich der erste Teil des Films geht so um diesen Marathon. Ja, das geht eigentlich gleich zum Anfang schnell los mit diesen Bombenanschlägen. Dann geht es halt weiter, wie sie die denn, ja, rausfinden, wer das war. Und dann halt die Jagd sozusagen ist dann der letzte Punkt in diesem Film. Und das ist wirklich extrem spannend und auch sehr interessant dargestellt. Also unbedingt angucken, der Film kriegt von mir 5 von 5 Punkte, ist absolut genial und absolut spannend. Also auf jeden Fall unbedingt angucken, kann ich nur empfehlen. Ja, dann habe ich mich schon auf einen Film gefreut und zwar Silence von, ich will den Namen jetzt nicht, Martins Corsese. Ja, ist eigentlich ein Regisseur, der immer sehr für gute Filme und sehr gute Filme steht auf jeden Fall. Jetzt hier Silence, sein nächstes Merk. Der Film geht, glaube ich, 163 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich kann verstehen, wenn Leute diesen Film nicht mögen. Ja, es ist schon, ja, wie soll ich sagen, schwere Kost. Er ist sehr träge, er geht sehr lang und man muss sich wirklich auf diesen Film einlassen. Eindeutig. Also ich reiß mal kurz die Story an. Es geht dort, der Spiel, glaube ich, 1800 oder 1600, auch scheiße Zeit. Ich glaube 1600, ja, 1650 irgendwie so in dem Dreh. Ist wohl nach dem Buch. Also soll wohl wahre Begebenheit so teilweise sein. Diese Person gab es auch wohl, die in diesem Film vorkommen. Das ist wohl auch belegt, dass die wohl auch da in Japan waren. Und dass das auch so teilweise, ja, man weiß, das ist nicht lange her halt, ja. Aber es soll wohl auch wahre Begebenheiten beruhen, sagen wir es mal so. Es geht halt darum, dass in Japan 1653, ja, ist ja dann so, haben wir ja den Buddhismus sozusagen, die Herrscher da. Und dann gibt es halt das Fußvolk, also die Bauern, die sind so gut zu der Zeit wie nichts wert, ja. Und dann kommt halt, ja, das Christentum kommt so, es verbreitet sich ja in Europa zu dieser Zeit damals. Die wollten ja ihren Glauben überall verbreiten. Und so war es dann auch, dass sie halt dann nach Japan gegangen sind und dort auch ihren Glauben verbreiten wollten. Und das war wohl auch erst geduldet. Und dann irgendwie später halt nicht mehr. Und die halt, die einfache Bauern sind halt leicht auf diesen Glauben angesprungen. Weil sie hatten ja nichts. Sie durften dann, glaube ich, auch nicht zum Buddha beten oder so. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Jedenfalls beim Christentum, ja, wurde ihnen versprochen, sie kommen in den Himmel und so weiter. Und die waren halt, die hatten ja nichts, ja. Und da hatten sie irgendwas, wo sie sich dann festhalten konnten. Darum sind die da sehr leicht angesprungen. Aber es wurde halt dann von den Orien in Japan verboten. Und dann wurden die auch verfolgt und gefoltert und mussten halt den Glauben abschwören, indem sie immer auf so eine Steinplatte, wo halt, glaube ich, die Jungfrau oder die Maria oder so drauf war. Und das galt ja als Sakralik, sozusagen als Gotteslästerung. Das macht man nicht. Und darum haben sie davon abgeschworen. Oder wenn sie das nicht gemacht haben, wurden sie halt sogar getötet. Ja, und das war halt, ist so die Grundstory. Das sieht man auch im Trailer. Und wir haben dann halt Liam Neeson, der halt dort ein, ja, ein Christ ist, ein Priester sozusagen, der halt dort den Glauben verbreiten will. Und halt unter Folterung, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber jedenfalls sind dann noch halt, wie heißt da, Andrew Garfield und der andere hier, ich weiß gar nicht, wie er nochmal heißt. Ah, ich komme nicht auf den Namen. Aber, ja, Reisenden sozusagen, also es wird gehört, dass er in die Fangschaft getreten oder gefangen wurde oder dass der Glaube da halt schwierig ist, bla bla bla. Jedenfalls reisen sie hinterher, um die im Nächsten zu finden, ja. Und dann geht das los, dass sie halt sich dort verstecken müssen, weil ja da der Glaube verboten ist. Und dann ist das also ein sehr, sehr langer Film, wo dann halt so diese Qualen der Christen dargestellt wird. Und Andrew Garfield wird nachher auch gefangen genommen. Und dann geht das auch so, dass sie ihnen überreden wollen, dass der Glaube halt, ja, dass sie da ihren Buddha haben, sie wollen den Christentum dort nicht. Und es ist auch alles wirklich nachvollziehbar und sehr gut und glaubwürdig dargestellt. Und ich finde das auch wirklich, ich fand den Film wirklich gut. Ich fand ihn spannend, spannend kann man jetzt nicht sagen, interessant, ja. Es ist ja wirklich so, damals, ja, dass sie ihm dann da weismachen wollen, dass der Christentum halt, sie haben da ihren Buddhismus und sie wollen den Christentum halt einfach nicht. Ja, und also es ist wirklich, wie gesagt, der Film hat extrem seine Längen, muss ich jetzt, ganz ehrlich mal, ich muss doch mal ein bisschen weiter ausholen jetzt bei diesem Film. Er hat wirklich seine Längen, aber ich glaube, diese Länge ist auch, ja, die muss man auch zeigen, weil es wird dieser Leidensweg halt. Wenn man das jetzt verkürzt, dann kommt das nicht so rüber. Ja, also, ja, wie die Christen oder Laien, wie er denn da gefoltert wird, oder er wird ja nicht direkt gefoltert. Und wieso, weshalb, um das alles zu verstehen, das kann man nicht so runterkürzen. Und jetzt, ja, man muss das wirklich, denk mal, in dieser Länge zeigen, um das auch begreifen zu können. Und ich verstehe, dass das nicht für jeden, der sich damit nicht so befasst, oder irgendwie so, also, dass die den schlecht bewerten im Film. Er hat gute Kamera, gute Bilder, da kann man nichts sagen. Schauspielerische Leistung, auch alles top. Von mir kriegt der Film eine 3 von 5. Ja, weil, ja, er ist gut, aber man muss sich wirklich auf dieses Thema einlassen. Und wie gesagt, ich habe auch lange überlegt, was für eine Wertung ich diesem Film gebe. Aber ich denke mal, eine 3 von 5 ist schon okay. Man kann sich den angucken, aber ich denke mal, wenn man sich einen anguckt hat, guckt man ihn sich auch nie wieder an. Ja, das reicht aus. Das ist jetzt, aber wie gesagt, die Länge begründe ich jetzt einfach so, weil, wenn man das alles verkürzt hätte, wäre dieser Leidensweg nicht so, ja. Nicht so erklärbar gewesen, sagen wir es mal so. Ist jetzt viel zu beschreiben, aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben, was ihr so zu dem Film haltet, wenn ihr den gesehen habt. Bis jetzt habe ich eigentlich fast nur negative Sachen von dem Film gehört. Ich bin, glaube ich, noch einer mit der Einsen, der so halbwegs gut findet. Aber ja, kommen wir weiter. Haben wir lange genug geredet über diesen Film. Kommen wir jetzt hier zum letzten Film, und zwar Get Out. Ja, wollte ja damals im Kino gucken. Aber habe ich dann irgendwie, ich glaube, da waren auch andere Filme. Ich weiß nicht, wir haben dann doch nicht geguckt. Und ich muss sagen, zum Glück. Also, ihr merkt schon, mir hat der Film jetzt überhaupt nicht gefallen. Also, also gar nicht. Ich habe mir den jetzt angeguckt. Und wie gesagt, geht ja um, sieht man, um einen Trailer, dass ein Schwarzer sozusagen mit seiner Freundin, ja, sind schon eine Weile zusammen, und sie wollen dann halt zu ihr aufs Land, zu ihren Eltern, die besuchen, und ein Wochenende dort verbringen. Ja, sie fahren dann da hin. Er ist schon ein bisschen skeptisch so, weil, so mit Weißen und so mit Schwarzen hat er mal so negative Erfahrungen gemacht oder so. Hat er ein bisschen Angst, dass die Eltern, weil sie das wohl auch nicht wissen, dass er schwarz ist, glaube ich. Ah, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also, jedenfalls kommt er da hin, sieht er da halt nur Weiße und die Schwarzen sind halt sozusagen alles so Dienstboten, sage ich mal. Und die behalten sich sehr merkwürdig dort. Ja, und ihm kam das dann mal schon komisch vor. Und, ja, dann geht es halt darum, ja, ich will jetzt eigentlich da nicht groß was verraten. Ist so, jedenfalls wird er dann da, sagen wir mal, ein bisschen manipuliert und so weiter, bla bla bla. Aber ich will da jetzt nicht groß was verraten. Kommen wir zu dem Film, den mir gefallen hat. Der Film, ich fand eine absolute Katastrophe, der Film. Der war richtig schlecht, grauenvoll. Von mir kriegt der Film eine 1 von 5. Dieser Film geht gar nicht. Also, der Film, ich glaube, er geht knapp 1,5, ein bisschen über 1,5 Stunden, glaube ich. Und dieser Film kommt zum Anfang so überhaupt nicht aus dem Arsch, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ja, man kommt dann da hin, die verhalten sich alle sehr merkwürdig, was alles auch sehr unglaubwürdig rüberkommt. Also, so verhält man sich irgendwie nicht. Also, die Charaktere, also die Schwarzen sozusagen, haben eine sehr merkwürdige Art, sich dort zu verhalten. Ja, dann kommt es halt zum, ja, Showdown, würde ich fast sagen. Aber auch erst sehr, sehr spät. Also, der ganze Film zieht sich so enorm. Und man versteht nicht die ganze Zeit, warum. Wieso ist er noch da? Wieso haut er nicht ab? Wieso verhalten die sich so komisch? Und dann kommt der, bis dahin ist der Film teilweise noch in Ordnung. Ja, und dann kriegen sie aber irgendwie den Kniff nicht hin, nachher diese Story aufzulösen. Und diese Auflösung nachher ist sowas von Bullshit und Dreck. Das ist, und diese ganze Auflösung, die ist, wie gesagt, der ganze Film geht hier, sagen wir mal, 80 Minuten und 10 Minuten ist dann so der Showdown. Das geht dann so, zack, und der Film ist vorbei. Und, ah, dieser, ich fand den, den ganzen Showdown nachher, der hat den ganzen Film so versaut. Weil auf einmal verhalten sich die Schwarzen, die dort in dem Haus sind, komplett anders. Und man versteht nicht, wieso haben sie sich denn vorher so verhalten. Und auf einmal sind sie so, wo, ja, auch wie manche andere Leute in diesem Haus oder dort verhalten sich nachher so komplett, komplett, was du nie erahnt hättest irgendwie vorher. Selbst er, der Hauptcharakter, wo du denkst so, was er denn da für Sachen nachher macht, wo du denkst so, wieso macht er das auf einmal so krass? Also, das glaubst du auch irgendwie nicht. Also, auch, wie gesagt, die ganze Auflösung nachher von dieser ganzen Story, ohne jetzt hier was zu verraten, ist auch so dermaßen Bullshit-mäßig. Das geht gar nicht. Und, wie gesagt, am schlimmsten fand ich, wie sich einfach diese anderen Schwarzen in dem Haus verhalten. Zum Anfang so, das sehe ich nur ein, aber wie sie dann die Auflösung nachher zum Schluss ist, weil sie sich dann auf einmal komplett anders verhalten. Und das hat mich alles null überzeugt. Ich fand das, wie gesagt, richtig Bullshit, darum diese schlechte Bewertung. Ich kann diesen Film absolut null empfehlen. Ich bin froh, dass ich mir nicht das Dealbook gekauft habe. Ich fand diesen Film absolut Bullshit. Schreibt mir in den Comments, wie ihr den Film fandet. Vielleicht sehe ich das ja komplett falsch und ihr fandet das Ende total genial. Dann schreibt mir mal, wieso. Oder auch die anderen Filme, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon so haltet. Im diesen Sinne, ist doch, glaube ich, ganz schön lang geworden, das Video heute. Ich habe ein bisschen zu lang über Silence geredet, glaube ich. Aber, ja. Ja, soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.